Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Darksiders, einem neuen Rätsel, worauf ich mich jetzt schon wieder freue. Oh Gott, was müssen wir machen? Ich kann das offenbar ziehen, jawohl. Okay, ich kann die Dinger ziehen. Da unten geht es steil bergab. Das wird spaßig. Warte mal, denn das Gewichte eventuell. Kann das sein, dass das Gewichte sind? Moment. Ich versuche das mal da reinzuschieben. Tatsächlich, das sind Gewichte. Oh. Interessant. So, komm mal mit. Bin mal gespannt, ob ich es am Anhieb richtig mache. Da oben sind Ketten. Hm. Kann ich mich da oben hinstellen? Ein Tor ist offen. Das wird spaßig. Das wird ... So, ... ... ... ... so war es dann nicht gedacht genau sondern eher so dass ich da oben hinkomme da ist aber auch kein fenster wo ich hinkomme das anderes aus da kann ich auch ein super das ist jetzt interessant da kommt und da da ich bin oben und unter mir klebt das ist das auch gut ab hier unter meinen füßen hoch springen ist er dieses schlüssel objekt zu sehen naja ich musste hoch ich hoffe das wird nicht noch komplexer als das darf vorige das bekomme ich hier ein vorratssucher da ich bin sehr gut ich bin nicht runtergefallen prima ich werde verbessere mich ja fantastisch noch so ein blöder golem ich weiß nicht besiegen kann nein weiß ich nicht verdammt es sei denn er haut mir jetzt das ding kaputt jetzt jawohl ne macht er nicht hat probleme damit ja kommt sie raus komm hau mir die das ding kaputt las lalala lalala hallo wo wo dankeschön Wow. Ouch. Das war ein Fehler. Komm, hau hier drauf. Mach schon. Oh, du bist so ein Idiot. Oh, komm ich ja nicht hin. Mann, du bist so ein Idiot. Hallo. Oh, du bist so ein Idiot. Oh, du bist so ein Idiot. Oh, du bist so ein Idiot. Er muss da draufhauen. Oh, du bist so ein Idiot. Oh. 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 Mach's auch knapp. Oh. Oh! Alter, sollst du mich nicht so breit klopfen? Mist, das war nix. Mist, das war nix. Näh. Komm, haut raus, haut raus. Da haut man in der falschen Position drauf. Mann. I will get rid of those things. Who will those things? Komm, hau zu! Ja, ich mach's schon. Ah, verdammt, ich krieg hier nicht zu fassen so. Nee, so schaff ich das nicht. Super. Warum? Man klappt das jetzt nicht mehr. Ich krieg hier nicht mehr zu fassen. Na komm. Das ist ein riesen Baby. Hau drauf! Du hast fast das falsche Ziel aufgehauen, Freundchen. Komm bitte, hau drauf! Mach schon! Ja, toll! Er sollte jetzt da draufhauen, aber mich nicht K.O. hauen. Ja. Ja. Komm her! Er kommt. Ich hab zu spät reagiert. Nee, ich kann es nicht zerstören. Nur er kann es. Wow. Ah, schon wieder falsch. Warte mal. Das war nix. Ach man, der hatte es so gut geschafft. Der hat mich zu klumpft. Das war mach. Noch mal von vorne. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Warum hat er das Ding nicht mehr kaputt? Oh, das ist doch eher nervig. Komm. Töte mich. Komm. Ah, warum klappt das jetzt nicht mehr? Dann werde ich das nochmal im Offscreen machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao. 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 Ciao.